So Leute, da bin ich schon wieder zurück. Ich habe mir gedacht, ach komm, bist du heute früher zu Hause, weil wir schlechtes Wetter haben. Bei uns ist es am Schneiden wie bescheuert. Und wie ihr seht, ich logge mich ein und mal wieder Barbossa09. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Wir gucken natürlich gleich direkt, was es ist. Aber ich sage ganz ehrlich, lieber Moritz, du musst mir auch jetzt nicht den ganzen Itemshop schenken. Gönn dir selber was oder spar auf irgendein gutes Paket oder so. Aber natürlich trotzdem, Grüße gehen raus. Also ich freue mich halt klar über jedes Geschenk, um Gottes Willen. Und denkt dran, wenn ihr mir was schenkt, vergesst nicht Creator Code einzutragen. Yt-Family Egg wäre natürlich noch ärgerlicher. Selbst ich habe mir schon Sachen gekauft und habe vergessen, meinen eigenen Creator Code einzutragen. Also in dem Sinne, auch Support ist da natürlich gerne gesehen. So, wir gucken direkt, was hat er uns geschenkt. Nein. Ach, du bist doch bescheuert. Ich habe heute Morgen noch im Shop gesagt, dass der Skin wirklich nice aussieht. Auf jeden Fall, Moritz, vielen, vielen, vielen Dank. Und denkt dran, lasst auch gerne ein Abo bei ihm da. Der Link zum Kanal ist in der Videobeschreibung. Ich muss mal gucken, ob ich das auch einblenden kann. Ich gucke dann einfach mal. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank für den Skin. Also, ist auf jeden Fall ein lustiger Skin. Also, ich setze mich mal hin. Ich muss nämlich noch gucken, wie das jetzt ist mit diesen neuen Aufgaben. Ich gucke mal gerade mit meinem Sohn zusammen, damit ich für euch da auch ein Infovideo nochmal machen kann. Weil da haben wir anscheinend einige Probleme. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns, denke ich mal, in ein, zwei Stunden spätestens. Also, haut rein. Und nochmal danke natürlich für jedes Geschenk, was kommt. So, jetzt aber haut rein.